So, Eingabegerät habe ich da Elgato, Ausgabe Kopfhörer. Hörst du ihn jetzt, Eddie? Ich höre dich, ich höre dich. Jetzt hör ich dich super, jetzt hör ich dich super gut, Eddie. Super. Warte mal, jetzt muss ich nur schauen, Eddie, wie ich die meinen Stream kriege. Ich kann dir leider nicht helfen, weil ich auch gar keinen Plan habe von dem Kram. Da haben sie die zwei richtigen gefunden. Ja. Warte mal, Herzen, Eddie, Freunde. Ihr Herzen, Eddie. Oh Gott, ey. Also jetzt muss ich mal sagen, das ist eine mega Ehre, dass du da bist bei mir. So geil, Eddie, wirklich. Ey, ich freue mich auch. Ich bin ein großer Fan, weißt du ja, von deinen Sachen. Ich bin auch Fan von dir, aber sowas von Ech Ole. Ich finde das, lass uns mal kurz also erstmal Grüße an deine Community und Leute, wenn ihr noch nicht Jack FromSoft folgt, ich habe ihn ja hier schon ein paar Mal vorgestellt, dann hier seht ihr jetzt seinen YouTube-Channel. Bist du auch auf Twitch? Ja, ne? Nein, ich bin nur YouTube. Nur YouTube, okay. Aber dann folgt ihm hier auf YouTube. Er macht einen mega guten FromSoft Content und alles, was dazugehört und Souls-like und ich liebe deine Videos, deinen Humor, aber auch deine... Bruder. Wirklich. Das ist die größte Ehre, was man zuteil werden kann. Das ist krass. Das ist wirklich krass, weil du bist ja, Eddie, ganz ehrlich, du der Glumort, ich weiß nicht, ob du den Glumort kennst, wahrscheinlich nicht, gell? Glumort? Ne. Glumort, das war einer der ersten Souls-Spieler, so ganz, ganz ein kleiner YouTuber, der hat aber auch so Dark Souls auch so ein bisschen mit Platin-Walkfluss so groß gemacht und der Bruger, es hat so jetzt so ein bisschen die Aushängeschilder so für Souls in Deutschland gewesen. Bruger kenne ich natürlich. Bruger, ja klar. Und darum ist das für mich natürlich mega krass, ehrlich gesagt, wirklich, ja. Warte, ich muss kurz in den Chat fragen, Freunde, hört sich an Eddie wirklich gut gerade? Ist er laut zu hören, der Eddie, für euch? Kann er auch noch lauter sprechen, dann. Wer ist Eddie? Willst du mich verorschen? Alles gut, alles gut. Ich bin ja auch schon alt. Wie alt bist du eigentlich? Perfekt, ich bin 35, Eddie. 35? Sie hören die sehr gut, Eddie, sie hören die sehr gut. Okay, sehr gut. Lass uns mal direkt einsteigen, du hast ja auch gerade den Trailer gesehen. Ist dir was aufgefallen, irgendwas Besonderes? Wir spekulieren hier die ganze Zeit. Ist das die gleiche Welt? Ist das eine neue Welt, so Tears of the Kingdom mäßig? Was denkst du über die, was wir gerade gesehen haben? Also ich habe jetzt ein bisschen mit der Community schon quatscht und also was ich auf jeden Fall mir glaube ist und das war aber eh schon vorher ein bisschen die Spekulation, dass halt bei Mock der Eingang ins DLC ist. Ja, das haben viele auch schon spekuliert vorher. Genau, ich habe immer geglaubt, entweder bei Mock oder bei Malenia, was die am Heiligbaum. Aber es ist halt bei Mock, das hat man gleich am Anfang gesehen. Und ja, irgendwer hat geschrieben, dass dieses Gebiet die Schattenlande heißt. Ja, ja, das steht auf der offiziellen Seite, musst du den ja unbedingt mal reinziehen, weil da sind noch ein paar Infos, die im Trailer nicht drin vorkamen. Ja, genau, dass es nämlich das Land of Shadow ist. Okay. Also, ja, wir haben spekuliert, ob das vielleicht das Land hinterm Baum sozusagen, hinterm Earthtree ist, hinterm Erdenbaum. Ja, das ist eben das, entweder es ist wirklich so ein Vergangenheits- DLC, weil weißt du, hast du Ahnung, wer der Typ mit den Schlangen war? Ne, ich meine auch, der wurde noch nie erwähnt. Oder der heißt Mesma, das steht auf der Seite. Ja, genau. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass der im Originalspiel irgendwann mal irgendwo erwähnt wurde, oder? Na, na, also zumindest, ich horch mir ja auch ein paar so Lore-YouTuber an, von dem Namen hab ich noch nie was gehört. Genau. Aber durch das, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Edi, das spürt sich ja alles, wie der Schlangentyp da auftaucht, das ist ja eigentlich alles so Hausvulkan-Reycard-mäßig vielleicht in die Richtung, weißt du? Genau, das hab ich auch gedacht, dass der vielleicht, er sagt ja irgendwie Mutter oder so, also das ist irgendwie der Sohn. Ja, geh hör auf, Edi, Gänsehaut. Ja. Das ist so geil. Ja, aber irgendwie scheint da was mit Hausvulkan zu sein und dieses Skelett, hast du das auch gesehen, ist das Radarns Sternform oder was? Dieser dicke Typ auf dem, oder dieses Skelett auf dem Pferd, ist dir das aufgefallen, dass das so ein bisschen Radarn-mäßig aussieht hier? Wenn es mir du jetzt sagen willst, dass wir Radarn in der Prime haben, dann drei komplett durch. Ich hab's jetzt, ich hab im Trailer erst einmal gesehen, mir ist der jetzt wahrscheinlich nicht so aufgefallen, aber wenn das so Radarn in der Prime wäre, das wäre halt ein Wahnsinn. Ja, oder irgendeine Variante von ihm. Auf jeden Fall auffällig, dass da auch einer auf einem kaputten Pferd sitzt. Ja, können wir uns irgendwie den Trainer nochmal gemeinsam anschauen, Edi, oder hast du auf das nicht so Bock? Doch, klar, let's go. Okay. Let's do it. Wir können nochmal direkt. Ich hab da... Okay. Ich muss nur sagen, dass wir gleich losstarten, da können wir drüber diskutieren, ne? So, ich bin jetzt... Wollen wir bei diesem PG-16-Bild anfangen? Ich bin bei PG-16 auf jeden Fall. Okay, und dann zählen wir runter. Warte mal ganz kurz, Edi. 16 ist im Chat da gerade. Hört ihr in Edi gut? Die lieben die ja im Chat, bei mir ist ja Wahnsinn. Hört ihr in Edi gut und seht ihr das Bild, Freunde? Von PG-16? Ich glaub schon. Ja, okay, passt. Dann fangen wir mal an, Edi, oder? Okay, ich zähl runter. 3, 2, 1, 0 und dann machen wir Play, okay? Okay, also 3, 2, 1. Warte. Geht? Hast du jetzt schon Play gemacht? Ja, passt schon. Ich steck gerade die beim Mock. Jetzt bin ich noch... Müsst du weiter. Okay. Wo bist du gerade? Warte mal, ich sag da, jetzt ziehe ich die erste Mock-Kugel, die große. Da können wir stoppen. Okay, ja, ja, gut. Ja, gut. Also, stoppen wir hier. Ja, das ist ja offen... Meinst du, das ist auch der Zugang zum DLC? Ja, für mich ist das ganz klar. Das ist der Zugang. Das ist ja, Edi, das passt ja sowieso wieder, fände ich, ne? Weil das zeigt ja auch wieder, wo das DLC anspielt, im absoluten Endgame. Das wird ja wieder richtig krass schwer. Ich meine, du musst Mock besiegt haben, oder? Wie siehst du das? Ja, könnte... Ja, wenn das so ist, also, ne? Weil ich frage mich dann, ist denn da ein Portal oder was wird da sein? Wie... Ja, ich denke mir vielleicht, dass du die Hand von... Das ist ja Mikkeller da drin, ne? Ja. Dass du vielleicht die Hand berühren musst und der zieht dich dann irgendwie in diese... in diese Schattenwelt oder so. Oder das ist schwierig, gell? Ja, das ist halt das Ding, was ich mich frage, dann, das bedeutet ja, Mock war ja in der Unterwelt, also bedeutet das dann, dass das eine eigene, abgeschlossene Welt ist, weil auf der Webseite steht, dass man einfach von beiden Welten, also von den Lands Between und Lands of Shadow hin und her reisen kann. Aber dann ist wahrscheinlich kein so ein Zeit-DLC, sondern eher einfach ein Zusatzgebiet, oder? Ja. Dass du da hin und her reisen kannst. Ja, kann sein, dass es einfach so eine... ein Stück auf der Map noch erscheint oder so. Ja, also bei mir im Chat schreiben zumindest die Community, dass das so Traum von Mikkeller sein soll, aber das ist... Das habe ich auch schon gelesen, ja. Das kann man halt auch schwer sagen, Alter. Ja, kann natürlich sein, aber was heißt das, wenn es ein Traum ist, dass es dann eine alternative Welt ist? Naja, ich weiß nicht. Es kommt halt darauf an, wie Mikkeller in den DLC ist, weil Mikkeller ist ja eigentlich jetzt ein Orphan of Cos mäßiger Trottel, der was da drinnen piekt in der Kugel, ja? Ja. Weißt du, was ich meine? Und in Wirklichkeit ist ja der Mikkeller ein super süßes, kleines, blondes Thomas Gottschalkind. Mhm. Und wenn der halt im DLC wieder jung ist, dann ist es definitiv ein Traum, würde ich sagen. Oder? Das könnte halt auch sein, ja. Das finde ich halt auch interessant, dass es so ein Zeitsprung sein könnte. Mhm. Dass du vielleicht, äh, dass das alles irgendwie ein bisschen früher ist oder so. Wollen wir mal weitermachen? Ja, können wir machen, ja. Okay, ich mach weiter. Mhm. So. Immer noch bei der Kugel. Jetzt. Was sehen wir? Ich bin auch bei der Kugel noch. Genau, das hier, das ist ja ein Gebiet, das kennt man noch nicht, oder? Ich hab erst gedacht, ob da im Hintergrund irgendwie das Lion-Dell sein soll. Das schaut so gut aus. Ja. Das ist, aber das ist auf jeden Fall das Gebiet, Eddie, vor allem im Foto, ne? Weil das sucht man rechts die ganzen Grabsteine da, ne? Aber das ist doch ne, das ist doch neu, dieser Turm und da, das ist doch, das ist nicht die Hauptstadt, oder? Das ist was anderes. Irgendwie schaut schon ein bisschen wie die Hauptstadt. Ich kann es ja auch nicht genau sagen, aber ich frage einfach mal bei mir im Chat, was glaubt ihr denn ihr? Ist das die Hauptstadt, oder? Ich glaube aber, dass das ein nächstes Gebiet ist, oder? Ja. Das ist neu, schreiben Sie auch bei mir, ein neues Gebiet, schreibt da jeder. Einer hat auch schon geschrieben, das war auch ziemlich interessant, Farum Asula, bevor es zersprengt worden ist. Das habe ich auch gesagt, bei dem nächsten, das habe ich auch vorhin gesagt, warte mal, wenn wir da gleich kommen, jetzt sehe ich gerade hier den, wer liegt da hier? Ich bin immer der Tante, die da im Blumenbeet liegt. Wer ist das? Ist das Michaela? Das, das glaube ich, das ist was. Ich glaube, dass das St. Trina ist. Aber da, vielleicht täusche ich mich da auch komplett. Da würde die lila Farbe zu passen? Genau, weil das ist die, was mit dem Schlafzauber, die Trina-Lilien, und die schläft da auch in diese lila Blumen. also wahrscheinlich, das kann es zumindest sein, denke ich mir halt. So, dann gehen wir mal weiter, dann sehen wir diese Frau da auf dem Thron. Ja, da haben wir auch vorher diskutiert. Ich weiß nicht, was du, das muss ich dir kurz fragen. Es gibt ja so viele Theorien, bestimmt, ja. Der Radan, der hat ja diese, diese, diese Gravitationsmagie. Wenn wir gegen Radan kämpfen, dann geht er ja da in die Höhe und, und, und schießt wieder runter als Meteor. Genau. Die hat er ja bei den Alabasterfürsten gelernt. Gelernt. Aha, und du meinst, das ist so jemand? Ich habe mir, ich habe vorher ein bisschen mit dem Chat diskutiert, ob das eventuell einer der Alabasterfürsten ist, der, was diese Gravitationsmagie uns vielleicht lernt oder so. Das ist natürlich jetzt alles nur Spekulation oder so, aber vielleicht ist das sowas. Weißt du? Mhm. Interessante Theorie. Ja. Und hier sehen wir dann, wenn es weitergeht, dann sehen wir dieses Gemälde, das sieht natürlich nach, äh, Vulcan Manor aus. Das ist Safe Vulcan. Das ist Safe Vulcan. Und das ist wahrscheinlich Rycard da auf dem Thron, würde ich mal sagen. Oder? Das kann Rycard sein, das weiß ich leider auch nicht. Der Vater vielleicht, vielleicht sind das die, die Eltern von Mesma oder so. Weiß man nicht. Jetzt wird es aber spannend, Eddie. Wer ist der Löwemann, Alter? Das ist mein Highlight vom ganzen Trailer. Warte, ich komme. Achso, hier übrigens das Bild noch. Ich weiß nicht, ob du es jetzt siehst, bevor dem Löwenmann noch. Das sieht für mich aus wie, äh, das letzte Gebiet von Elden Ring, nur noch bevor es in die Luft geht. Weil da sieht man schon, wie oben, genau, Farum Azula. Das sieht nämlich schon, da oben sieht man es schon so wegbröckeln. Und das könnte halt Farum Azula sein, bevor es halt in die Luft geht. das stimmt. Das stimmt. Weil das bröckelt oben schon weg. Genau, das bröckelt schon weg. Es kann natürlich auch was anderes sein, aber es könnte auch Farum Azula sein. Das ist sehr, Freunde, was sagt sie? Das stimmt, oder? Das stimmt. Der Andi schreibt da, echt, du hast recht, das ist Farum Azula, Mann. Das bröckelt oben schon weg. Ja, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ich halte das gar nicht aus. Ja, das ist geil. Also so viele Theorien. Okay, machen wir weiter jetzt. Das ist safe. Ja, gehen wir weiter, ja. Da haben wir hier diesen, weiß nicht, was das ist, diesen übergroße Fackelmensch, ne, Ost. Einfach ein schlechter Miniboss wahrscheinlich. Ja, dann haben wir hier dieses Sauwurmgesicht. Und jetzt wird es mich rasieren. Das ist so geil. Das ist so geil. Was ist das? Schwer zu sagen. Reitet da jemand drauf? Ne, das ist schon alleine, oder? Das ist eine Mischung aus einem Löwen und einem Menschen, der was auf dem rettet, irgendwie. Warte mal, hatte nicht der, wie ist der nochmal, ne, welcher war es? Gottfried? Gottfried hat den Gerosch oben gehabt. Genau, der hat, der hat, irgendwie hat vorgeschrieben, ob das nicht Godwin ist, ne? Ja. Godwin, Godwin der Goldene, dem was wir am Anfang sehen im Trailer. Oder es ist, ja, ich schreibe mir bei mir die Leute, ich weiß nicht, Gott, Godwin. Godwin der Goldene, das ist der, dem was man im ersten Trailer sieht, was der, dem was die Black Knife Assassins abgestochen haben. Aber irgendwie glaube ich das nicht, weil, oder es ist einfach wirklich Sherosch, der Löwe von Horror Lou. Ja. Das, das halte ich sogar für sogar noch wahrscheinlicher, ehrlich gesagt. Das ist der Sherosch, ist der beste Kleriker. Ja, und jetzt kommt der Schlangendudner. Genau, jetzt kommt der, ich weiß nicht, ist das dann der, der Hauptbösewicht des DLCs? Scheint so ein bisschen. Ich sag nur, Ernst, Eddie, der schaut richtig schwer aus. Das wird richtig ein Hundesohn. den werde ich den werde ich so verprügeln. Den werde ich so fertig machen. First try, no damage. Und hier dann, wie die in die Luft fliegt und so mit den Schmetterlingen, das hat auch, und das hier ist ja auch so ein bisschen diese lila, ich bin gerade noch nach dem, ja, dieses Mädel, was da so in die Luft geht. Gibt zu Ort, ja okay, man, mega krass, das ist so viel zum Interpretieren. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt gerade, wo so ein Kampf stattfindet auf so einer bläulichen Blumenwiesen. Ah ja, okay, dann bist du schon weiter. Das sieht so ein bisschen Sekiro-mäßig auch aus. Voll wie so Ischen der Schwerteilige, so End-Arena. Aber gegen wen man da kämpft, weiß ich auch nicht. Scheiben die nicht. Der hat was von Malikäff, wir sterben 1000 Tore, naja. Ich weiß nicht, wie bist denn du eigentlich, Eddie, wie bist denn du mit der Lore vertraut in Elden Ring? Kennst du dich voll gut aus, oder? Nee, 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 nee. Ich gucke das natürlich immer, ich gucke immer auch so Vatividia natürlich und so, aber da bleibt nicht so viel hängen. Also ich kann, ich könnte jetzt immer noch nicht eine gute Zusammenfassung der Elden Ring Story geben. Also so, ich bring immer noch viel durcheinander. Wenn man ein bisschen zurückgeht, da zieht sich so ein alter Dude so ein Schwert aus dem Gesicht. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Wer kann das sein? Null Plan. Null Plan, wer das ist. Das weiß ich auch nicht, wer das ist. Was denkt ihr, Chad? Kann natürlich auch was ganz Neues oder so sein. Mess meine Fehler hast du auf jeden Fall, der Schlangenboss. Goldmaske, schreibt einer. Goldmaske könnte sein. Das kann nicht wirklich sein, gell? Das kann sein. Die Goldmaske, das ist ein heißer Call auf jeden. Ja. Irgendeine Variante davon oder irgendein Vorher, Nachher. Ja, und was sagst du allgemein zum Trailer? Wie hat er dir gefallen? Ja, mega geil. Mega geil, oder? Ja. Ich frage mich halt nur, wie groß wird es sein? Also auf der Webseite steht auch Elden Ring Shadow from Software's largest expansion to date. Also das heißt natürlich jetzt noch nicht viel, aber ich würde halt einfach gern wissen, ist das jetzt nur so ein Abschnitt, so wie Limgrave oder so? Oder ist es nochmal so eine Welt so groß wie Elden Ring? Oder ich kann es einfach noch nicht abschätzen, was uns da so contentmäßig erwartet. Also ich persönlich glaube, dass das riesengroß wird. Ich hoffe es. Das ist, wenn du dir denkst, dass ja eigentlich Ring City schon relativ groß war mit dir, mit Gale, mit den Dämonenprinzen, mit Sperr der Kirche hast du in 1 DLC vier Bossen Rings und Dark Souls 3 war ja gefühlt fünfmal so klein wie Elden Ring. Also ich glaube, dass das wirklich, ich habe ja vorher so geredet, ich glaube, aber es ist natürlich nur Spekulation, vielleicht so fünf Hauptbosse, so, weiß ich nicht, Godwin, Marika vielleicht oder so und der Schlangentyp und wieder einiges an Dungeon und Heldengräbern und solche Dinge wieder. Weißt du? Ja, ja, ja. Und ich denke auch, ich meine, es kostet 40 Euro, ich glaube 60 Gigabyte wurde bei mir im Chat geschrieben. 60 Gigabyte, okay. Also das ist ja schon fast Vollpreis. 60 Gigabyte ist riesig. Ja. Edit, das wird groß. Das wird groß. Oh, ich habe so Bock. Und ich muss sagen, ich finde das, ich habe ja vor dem Trailer habe ich spekuliert, wird es ein Shadow Drop irgendwie so nach dem Motto jetzt oder in nächster Woche zum Zweijährigen. Aber ich habe auch gesagt, es kommt jetzt Final Fantasy und Dragons Dogma 2 raus und insofern finde ich es gar nicht so schlecht. Ich finde es auch schlecht. Im Juni raus. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns darauf zu freuen, ein paar Infohappen, ein bisschen interpretieren und haben ja auch ein bisschen noch was zu zocken. Genau, das habe ich auch gesagt, wer jetzt kommt, ich meine, du spielst, du hast gerade gesagt, Dragon's Dogma, ich spiele am selben Tag dann Rise of the Ronin von Team Ninja. Oh ja, da habe ich auch Bock drauf. Auf jeden Fall. Das ist auch so, glaube ich, ein bisschen so Ghost of Tsushima mäßig und ein bisschen Sekiro dabei und von den Nioh-Macher. Du hast schon ganz recht, ich finde das super. Wir haben jetzt den Datum, jetzt können wir endlich sagen, okay, da kommt es und bis dahin können wir noch andere Spiele so ein bisschen genießen quasi. Sender. Ja, absolut. Also ich wollte auch Lies of P habe ich noch nicht angefangen, also habe ich noch mal so eine Stunde reingezockt, das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Findest du das gut? Ist gut? Soll ich machen? Lies of P ist das beste Souls-Like, was ich je gespielt habe, was nicht von From Software ist. Okay, das klingt gut. Das ist für mich 9,5 von 10, ich habe ein Review dazu gemacht. Ja. Mega schwer, also wirklich richtig frustrig, das bringt dich teilweise an, krasse Grenzen, aber Lies of P ist von der Atmosphäre her es geht schon richtig ins Blattborn-mäßige. Ja, habe ich Bock, ich habe ja Lords of the Fallen habe ich aber jetzt abgebrochen, mehr oder weniger so in der Hälfte. Du hast ja ein super Video dazu auch gemacht, weil das einfach so nervig wurde da. Ja. Irgendwann, wenn da die eine Million Gegner auf dich einschlagen und auch von allen Seiten auf dich schießen, weil eigentlich mochte ich das, hat schon viel richtig gemacht, aber sie haben es irgendwie sich selbst zunichte gemacht, so. Ja, ich tue es komplett recht, die ersten paar Stunden, die waren so geil, auch mit diesen, ja, Feuerbahnschreien, der was vollatmosphärisch war, mit den ganzen NPCs, die Musik war geil, die ersten paar Bosse waren cool, da im Sumpf dieser Reiter, aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, das ist meine ehrliche Meinung, ich hasse das Spiel so sehr. Ich hasse alles an dem Spiel. Das nervt irgendwie so. Ich kann es nicht mehr sehen, jeder spuckt dich von jeder Ecke an, das ist so schlecht geworden. Wirklich, ich sage das eh nicht, das ist jetzt meine ehrliche Meinung, das ist das Souls-Spiel, das Souls-Like-Spiel, das, was ich am meisten hasse, weil es mir so am Arsch gegangen ist. Aber du hast es trotzdem komplett durchgezockt, oder? Ja. Das war so Hassliebe, weißt du? Ja. Ja, ich fand auch, das war so, was mich an dem Spiel so genervt hat, ist, dass man, man hat das Potenzial erkannt und irgendwie nervt es noch mehr, wenn ein Spiel Potenzial hat und es nicht ausschöpft, weil du denkst, ihr seid so nah dran, richtig geile Souls-Like zu werden und dann macht ihr irgendeine dumme Mechanik rein, die einfach nur ultra nervig ist. Die haben es echt, wie du sagst, die haben so das Potenzial gehabt und von der Welt her war es ja wirklich so voll Dark Souls-mäßig und so, aber dann am Schluss auch das ganze Boss-Recycling, das war, hast du, ganz ehrlich, jetzt einmal Real Talk, hast du das schon einmal erlebt in einem Souls-Like, dass jeder Boss im nächsten Gebiet ein Standardgegner war? Nein. Das habe ich so noch nie gesehen. Jeder Mini-Boss war nicht eine Stunde später ein Standardgegner, sondern fünf Minuten später. Das Wort, das ist schlecht, das ist schlecht, aber ja. Ja, man ist halt so, man hat so Bock auf Souls, dass man dann halt auch bereit ist, irgendwie ein Substitut irgendwie zu spielen, irgendein Spiel, was so ähnlich schon ist. Ich habe sogar Lords of the Fallen damals, den Vorgängen, also den ersten Lords of the Fallen, habe ich sogar auch gespielt. Der war noch schlechter. Den habe ich platiniert sogar, Eddie. Echt? Ja, der war aber, der war auch nicht gut, aber man war einfach so froh, wenn man überhaupt irgendwie so ein Spiel hatte. Ja, und das Krasse bei FromSoft ist ja auch, dass die immer wieder sich auch ein Stück weit neu erfinden. Du hattest erst Demon's Souls, Dark Souls, okay, dann mit Bloodborne haben sie wieder irgendwie was anderes gemacht. Dann mit Sekiro haben sie das Kampfsystem, so das Schwertkampfsystem auf ein komplett neues Level gehoben. Ja. Jetzt mit Elden Ring haben sie Open World quasi nochmal auf ein neues Level gehoben und man ist einfach immer so, die sind einfach wie Miyamoto früher. Für mich ist Miyazaki so in einem Atemzug zu nennen mit Miyamoto. Jetzt, ich weiß ja nicht, Eddie, du kennst die Mitspieler ein bisschen besser aus, als ich. Aber jetzt sage ich dir mal drei Sachen. Ja. Backstabs, Paris und Mikiris. Mikiri kommt da. Ja. Das sind für mich drei Gameplay-Elemente, oder wie man sagt, die so geil sind. Wie kann man dreimal sowas Geiles erfinden? Wie es du gesagt hast, du hast die Dark Souls-Spiele mit die Paris, mit die Backstabs und dann kommt der mit Sekiro und macht mit Mikirikonter das Spaßigste, was ich vielleicht in meinem ganzen Leben je gespielt habe. Absolut. Absolut. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar noch sowas wie Poise und Stagger und so mit reinnehmen. Ja, ja. Wenn ein Gegner zusammenbricht und dieses Gefühl für die Schwere deiner Waffe. Du merkst, ob du mit einem Dolch auf den Gegner haust, an der gesamten Reaktion, am Geräusch, an der Art, wie der Gegner drauf reagiert oder ob du mit einem fetten Hammer auf den drauf haust. Ja, das ist so befriedigend. Und wenn er dann zusammenbricht und du dann sozusagen ihn nochmal extra punishen kannst, das macht einfach so einen unfassbaren Spaß. Das ist, da kommt nichts ran. Jeder versucht, das mit Paris und den, aber nur bei FromSoft ist das so dieses wuchtige, wenn du in Bloodborne an die Eingeweide rausreißt aus der Wampen. Das ist einfach, das ist, wie du sagst, das ist so krass. Ich werde hier vom Chat sagen, ich soll dich noch fragen, was ist dein Lieblings FromSoft-Spiel? Also nicht nur mein Lieblings FromSoft-Spiel, sondern schon fast mehr Religion und das beste Spiel, was ich je gespielt habe, ist für mich Bloodborne. Bloodborne und was ist deins? Darf ich raten, was deins ist? Demon's Souls PS3? Äh, nee, also das ist, es ist super schwer zu sagen, weil ich alle geliebt habe und irgendwie alle so eine ganz besondere Zeit waren, aber ich glaube, es ist tatsächlich Elden Ring. Wirklich? Ja, tatsächlich, weil ich... Okay, krass. Aber wahrscheinlich... Ich habe dir damals ein Video angeschaut zum Netz... Du beim Netzwerktest hast gesagt, ich werde jeden Baum und jeden Strach werde ich absuchen nach jedem... Das hast du damals... Das habe ich auch gemacht. Hast du gemacht, ja. Und krass, dass das dann wirklich so eine Liebe geworden ist, aber Elden Ring, ja, ist ja ein super Game, ja. Ja, das... Was daran halt noch... Also, ich muss sagen, Dark Souls 3 hat so die Dark Souls-Formel perfektioniert, finde ich. Bloodborne liebe ich auch, nur da nervt es mich einfach, dass das nicht in 60 Frames läuft. Puh, es ist mega, mega nervig, ja. Und bei Elden Ring muss ich sagen, diese unglaubliche Freiheit, dass ich überall hinreiten kann und einfach gucken kann, was da ist, dass... Also, ich liebe diesen Entdeckerdrang, ja, bei anderen Souls-Spielen hast du halt immer noch Grenzen, wo du hinkommst und wo du nicht hinkommst. Bei Elden Ring kannst du gefühlt dich auf dein Pferd setzen und bis ans Ende der Map reiten. Und dieser Moment, als du dann irgendwie durch die Kiste irgendwie dann bei... bei irgendwo im Norden... Das ist crazy. Ich weiß gar nicht mal wo... Und du gehst auf die Map und du bist irgendwo am Arsch der Welt. Die Map ist noch nicht mal richtig freigeschaltet, ne? Und du denkst dir einfach nur, alter Schwede, wo bin ich denn hier gelandet? Und das sind so Momente, die ich einfach... die ich einfach liebe. Aber ich... Es ist wirklich so, als ob du mich fragst, welches Kind liebst du am liebsten, ne? Also, ich liebe die alle. Also, ich weiß nur, welches Kind, das ich am wenigsten liebe und das ist Daxos 2. Ja gut, das ist so ein bisschen das Kind, das sich so ein bisschen daneben benimmt immer die ganze Zeit. So ein kleiner Rotzlöffel. Aber ich muss auch sagen, ich hab da trotzdem irgendwie meine 150 Stunden drin und hab das halt... Magst du Daxos 2? Wie bitte? Magst du Daxos 2? Würdest du sagen, es ist für die qualitativ, haltest du mit für die anderen Spiele? Naja, es fällt schon deutlich ab. Aber es ist immer noch... Trotzdem find ich's immer noch besser als fast jeden Dark Souls-Klon. Also... Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber, na ja, ich hab auch dann beim Spielen immer gedacht so, oh ja, das ist ja jetzt ein Gebiet, das echt... Also, das ist ein bisschen enttäuschend. Aber trotzdem hab ich's dann ziemlich krass gesuchtet, als ich's gespielt hab. Und, ähm... Ja, also hatte trotzdem ne geile Zeit damit, muss ich sagen. Auch wenn's schlechter ist als die anderen. Ja. Ja, ihr PSabler, den Niel und so. Und ich find's auch viel gut. Also, ich find's halt gut, wie du sagst, im Gegensatz zu anderen Spielen. Aber in der Souls-Familie find ich jedes andere Spiel besser. Ja. Man merkt, dass mir ja Saki da nicht den... Wer nicht dabei war. Ja. Das merk's halt schon. Ja, und darf ich dich noch was fragen? Was ist eigentlich dein absolutes Lieblingsgame? Wenn du ein Spiel nennen möchtest, als du sagst, das ist für dich das beste Spiel, was du je gezeigt hast. Boah. Gibt's da überhaupt so was? Es ist schwer für mich zu sagen, weil es gibt's in verschiedenen Genres vielleicht. Mhm. Aber, also ich muss sagen, sorry, da ist grad schmatz. Kein Problem. Also mit Elden Ring kommt schon meiner Fantasie vom besten Spiel schon sehr, sehr nah. Also ich hab immer gesagt, so ein Souls-Spiel in einer riesengroßen, offenen Welt, die aber designt ist, die nicht jetzt so Ubisoft-mäßig irgendwie so langweilig ist, sondern voll mit Geheimnissen steckt, wo du nie weißt, ob das ein Abgrund ist oder eine neue Welt. das kommt schon meiner, das kommt schon meinem Ideal schon sehr, sehr nah, muss ich sagen. Okay, das ist krass, ja. Aber ich hab in anderen Genres, also ich mag ja auch Metroidvanias, sowas wie Symphony of the Night hab ich geliebt. Jetzt zock ich grad Hollow Knight, das find ich geil. Also es gibt Ja, ich hab einen Spieletipp für die, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich keine Zeit haben oder vielleicht um ein paar Knaller durchgenommen oder so. Kennst du das Spiel Aeterna Noctis? Hab ich schon mal gehört. Das ist auch so Metroidvania, oder? Das ist so Metroidvania, also auch so ähnlich wie Hollow Knight, ja. Und das ist das schwerste Spiel, was ich jemals in meinem ganzen Leben gespielt hab, aber es ist eines der besten. Okay. Ich bin ja leider nicht so frustresistent wie du. Ich bin ja, ich guck dir ja dann an, wenn du da dein No, 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 Da, ne wie heißt, No Death Run und so machst. Ich bin eher ne Pussy, was sowas angeht, sag ich ganz ehrlich. Ich will schnell overpowered sein und ich hasse es, wenn ich beim, ich hab zum Beispiel, muss ich dir gestehen, aber erzähl das nicht weiter. Ich habe einen Du bist auf Platz. Nee, 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 aber ich hab einen Boss noch nicht gelegt in meiner Ich weiß, ich weiß, wer das ist Ishin. Ich schau deine Videos, Eddie. Ich hab Ishin noch nicht gelegt. Ich soll dir was sagen, Eddie, der hat mich so abgefuckt. Der hat mich so abgefuckt. Der Colin hat den auch noch nicht besiegt. Doch, der hat ihn besiegt, Das hat er gesagt, genau. Ich sag dir jetzt was, das muss man jetzt glauben. Sekiro ist das leichteste From-Software-Spiel, es muss nur Klick machen und Ishin der Schwerteilige ist, und das ist jetzt wirklich keine Übertreibung, das ist ein unfassbar leichter Boss, wenn du einmal weißt, das ist einfach ein Rhythmus-Spiel. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Sekiro ist extrem hart das erste Mal, aber wenn es Klick macht, dann ist das, das ist wirklich, das ist so, das ist so easy und immer, wenn wer sagt zu mir, dass Sekiro so schwer ist, denke ich mir, ich finde, das ist echt das leichteste Spiel, wenn du das einmal gehandelt hast. Bis dahin ist das schwerste Spiel, aber wenn, dann ist so Bosse wie Ishin, machst du einfach nur L1, L1, Bim, 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 du tanzt richtig mit dem und jeder Orphan of Koss oder Gail oder Medea ist so viel schwerer als ein Ishin, wirklich, jetzt meine ich ernst und auch nicht irgendwie übertrieben, das kannst du mir wirklich glauben, ich sehe viel in der Community bei mir so. Ich glaube sehr, bei Genichiro war das ja auch so, am Anfang, als du das erste Mal auf Genichiro triffst, dann denkst du dir so, oh Gott, den schaffe ich niemals, der wischt mit dir den Boden auf. Genichiro richtig hält dir. Und irgendwann lernst du Mikiri-Konter, lernst du springen, lernst, welche Attacke wie du ausweist und plötzlich machst du den so fertig und denkst dir so, hä, das war ja voll einfach. Genau, genau. Aber bei Ishin hatte ich das nicht irgendwie. Ich meine, ich habe ihn auch nicht, ich habe ihn jetzt nicht 30, 40, 50 Mal gemacht, ich habe ihn vielleicht 5 bis 10 Mal gemacht. Ja gut, dann ist es schwer, dann ist es schwer. Und das hat mich dann schon genervt, irgendwie das, ich weiß nicht, dann diese Blitze am Ende, es war, ich muss irgendwann das nochmal machen, ich habe mir das festgestellt, was kann ich sagen. Die vierte Phase von Ishin, da fangt er mit die Blitze an, die letzte Phase, die vierte eigentlich, das ist die leichteste Phase von Oli, es gibt diese Prothese, die heißt ja Nebelrabe, ja, und wenn du einfach L2 druckst, dann fangst du den Blitz auf, kriegst du nicht einmal Schaden, schießt ihn sofort zurück, ohne irgendwie, dass du was machen musst. Das ist so easy. Aber es ist so easy, das was du ja sagst, du hast Genichiro zerlegt irgendwann und das hast du halt dann bei Ishin nicht mehr so oft probiert und dann hast du gesagt, okay, ich höre auf jetzt. Also du sagst, ich muss da nochmal ran? Sagst du, ich muss das nochmal machen? Es wäre so geil, wenn du in Ishin legst. Ishin ist einer meiner drei Lieblingsbosse aller Zeiten. Okay. Du musst ihn besiegen, ich bin für die Souls-Ähre. Wir machen das dann so ein bisschen, du trainierst mich, weißt du, du coachst mich und dann mache ich sicher dann so Rocky-mäßig so eine Montage und dann ist so eine Montage mit Rocky-Musik. Oh krass. Ich habe halt, das Problem ist, ich habe halt Sekiro jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, ich muss das Spiel erstmal wieder lernen. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ob das Sinn macht, direkt mit Ishin einzusteigen oder ob ich nochmal von vorne anfange, um überhaupt reinzukommen. Also da würde ich dir wirklich empfehlen, dass du das Spiel nochmal reinkommst. Ich weiß nicht, Edi, wie, du musst ja mega, ich weiß nicht, wenn ich mir auch eine Show so anschaue und alles, du hast ja eigentlich keine Zeit, denke ich mir immer. Wie spielt es ihr privat noch, denke ich mir immer so, weißt du? Gar nicht. Gar nicht, gell? Also das ist das Gute. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist eine ganz andere Welt. Alles, was ich zocke, zocke ich eigentlich im Stream und wenn ich den Stream ausmache, dann zocke ich auch eigentlich nicht. Es sei dann mal so, so auf dem Steam Deck irgendwelche Vampire Survivor-Kram, sowas. Krass. Ja, das ist eine ganz andere Welt. Aber es wäre so cool, wenn du mir Sekiro spielst, ich würde mir jede Folgen reinziehen. Echt. Ja, okay, vielleicht mache ich das noch. Das wäre nice. Du hast mich jetzt mal noch mal motiviert. Cool. Freut mich. Aber wir können auch gerne dann, wenn Elden Ring rauskommt, dann gehen wir zusammen mal durch die Länder, die Schattenländer oder so. Das war ein Traum. Machen wir Koop. Ja, können wir gerne machen. Da habe ich auch Bock drauf. Auf jeden Fall. Ist das safe, wenn dann, das war für mich Wahnsinn, wenn wir da ein bisschen koopten. Total gerne. Ich bin sofort dabei. Also wir können das schon bei Elden Ring auch mal machen. Ja, sicher. Ich weiß nicht, ob du die Mod kennst, dieses Seamless-Koop. Ne, ich spiele auf der Playsee, deshalb. Ach so. Ja, ich bin eigentlich auch noch Playstation-Spieler, das stimmt. Aber ich habe mich extra für das Seamless-Koop geholt. Da kannst du von der ersten Sekunde bis zur letzten, jeder hat sein eigenes Pferd, du spielst das ganze Spiel durch ohne einen Disconnect. Du bist die ganze Zeit zusammen. Das ist richtig geil. Das können wir mal ins Auge fassen. Neu anfangen mit Seamless-Koop. Das hat, glaube ich, Hand of Blood auch gemacht, gestern oder so, habe ich mal gesehen. Das macht gerade der Hand of Blood mit dem, wie heißt der andere? Papa Platte. Mit dem Papa Platte, genau. Das ist der Seamless-Koop-Mod und das macht halt wirklich Spaß, weil immer, wenn du einen Boss besiegst, du kennst das ja von die Souls-Spiele, spornst du wieder weg und musst wieder Zeichen legen und bla bla bla. Ey, lass uns das mal, lass uns mal irgendwie gucken, wann wir das mal, in Aufnahme. Weil es ist natürlich ein Mammut-Projekt, so Elden Ring durchspielen, aber das klingt nach einer geilen Idee. Ich würde mit dir gerne Elden Ring durchzocken, ja. Ja, let's do it, ey. Lass uns wirklich gucken, wann wir das machen. Wir können ja gucken, dass wir immer so einmal, zweimal die Woche ein Date finden, wo wir das streamen können oder so. Ja, gern. So, voll. Ich war voll dabei und das war absolut genial. Würdest du das dann am PC oder würdest du ganz normal Coop wollen? Nö, wir können dann, ich habe das auch für den PC, ich habe es nur auf dem PC nicht gespielt. Also, wenn wir eh von vorne anfangen, ist ja wurscht. Also, dann können wir dieses Seamless-Coop, ähm... Na, mega, ja. Ja, und wie können wir connecten? Ich bin ja bei dir im Discord. Ähm, ja, entweder im Discord. Können wir uns anschreiben oder wie können wir da in Verbindung bleiben? Ja, ich kann dir am besten über Discord, aber ich kann dir auch später mal meine Nummer schicken, können wir über WhatsApp schreiben oder so. Ja, das passt. Ja. Warte, ich schreibe meine Nummer schon öffentlich in den Chat. Nein, passt. Oh, hier, ich installiere direkt mal. Ja. Ähm, jetzt muss ich Schluss machen, ich muss mich noch um die Kids kümmern. Das habe ich auch noch. Das ist die härtesten Post. Ehre, Ehre, Ehre. Danke, dass wir ein bisschen gequatscht haben. Das hat mir richtig Spaß gemacht, Jack. Wir bleiben in Kontakt und gucken, wann wir Ellen Ring zusammen zocken. Passt, machen wir. Wir reden uns zusammen und schreiben uns einfach jetzt in den Discord noch einmal zusammen. Okay? Alles klar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns. Ich dir auch grüß an deine Community, Jack. Auch an deine. Ciao, baba. Tschüss.